Ich glaube... Ein Bein springt es sich eh besser. Hat er jetzt... Es hat sich jetzt angehört wie oben ein Kreuz. Wtf. Ja. Ich chill hier so ein bisschen. Das war mein Schuh, der da explodiert ist. Der Wackern in mir, ne? Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Happy Wheels. Und ja... Die nehme ich direkt im Anschluss auf. Das heißt, ich habe... Ich kann also nicht auf eure Kommentare eingehen. Das heißt, ich kann nichts verbessern. Das liegt natürlich daran, dass ich unverbesserlich bin. Ich hoffe, man hat die Ironie rausgehört. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ja, die bestgevotedsten diesen Monat. Testen wir doch mal aus. Aber wir sind schon... Ey, okay, das war etwas anders. Okay. Aber das hatten wir schon in der Art. Deswegen mach jetzt, guck, Kirby's Rampage. Ah, Kirby. Ah, das muss ich jetzt genau tun. Space to activate. Achso, okay. Das ist aber auch nicht laut ... Ich bin mir sicher, bei Nintendo sah die Entwicklung von Kirby genau so aus. Speed Challenge, do the best time. Go! Oh, ho, 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 ho. Das ist schwer. Hebeer einfach nur lebt! Hä? Nein, tut ihm nicht weh. Ja, komm. Nein! 13 Sekunden. Wie hat er das überlebt? Hulk smash. Grab the lock, if you want to murder. Okay. Ach du, halt. Ich war zu langsam. Ich war zu langsam. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Oh. Okay, das versuchen wir direkt nochmal. Nein, 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 nimm ihn dir! Ah, nein! Nein! Mein Leben hat schon wieder keinen Sinn mehr. Ich gehe hier drauf. Ich gehe hier. Ja, ja. Oh, ich bin Superman. Oh, okay. Ich setze mich jetzt einfach hin. Fuck the world. Ach du heilige Scheiße. Ja, natürlich. Ja, nicht schlecht. Ja, wieder falsch. Wieder falsch. Harpoon Jump. Hört sich doch recht interessant an. Oh je. Oh je. Komm, kopflos ans Ziel geht es aber auch. Oder so. You died. Ja, das musst du mir nicht sagen. Also ich dachte, man kann antäuschen. Was fliegt denn da? Ist das ne... Ich will es gar nicht wissen. Nein! Ah! Uh! Guck mal, schaffen wir noch. Wir können darüber reden. Oder auch nicht. Nein! Voll durch den Hals. Oder ist das ne, das durch den Mund. Wie? Ich hab großen Hunger. Äh, ich esse... Ich esse Stahl. Dammit! Das macht mir gar nichts. Ich bin aus... Papier. Ich bin nur ein Torso. Der kleine Torso, Freund. Nein! Ich hab's was geschafft. Ich war so kurz vorm Ziel. So. Jetzt aber. Aber wie schön das aussieht. Naja. Ich bin jetzt hingel Do. Ich glaube... Do... Uh. Ein Bein springt es sich eh besser. Hat sie... das hat sich jetzt angehört wie oben ein Kreuz. What the fuck. Yeah. Ich chill hier so ein bisschen. Das war mein Schuh, der da explodiert ist. Da wacke eine Miene. Ich kann mich nicht bewegen. Und jetzt komm, los! Hm. Darüber sollte man mal nachdenken. Hey! Nein! Nein! Irgendwie schaff ich das nicht. Aber irgendwie kann ich nicht aufhören. Ui! Oh, oh, oh! Ui! Hey, wie die Kamera einfach dieses kleine Stück verfolgt. Als ob das wichtig wär. Hey. Strange. Yes! Nein! Da muss da irgendeinen Trick geben. Der wird's nicht gewesen sein. Und wir sind wieder Back to the Roots. Ha! So kriegt ihr mich. So, vielleicht schon. Ich benutze einfach unheimlich gerne diesen... Springstock-Typen. Ich glaub, daran nichts. Nein, ich hab's fast. Aber auch nur fast. Aber auch nur fast. Naja. Ich muss mich losreißen können. Manchmal gibt's Momente. Da muss man andere Level auswählen. Das sind diesmal schwere. Drugs. Ist auch dieser Opfer, der gerne so penetriert wird. Los. Los, los. Gib's mir. Oh, ja. Oh, das gefällt mir. Geh mal den verlängerten Spieß. Los. Oh, ja. Los. Tisch halt mich nicht auf. Oh. Nein, da wollte ich das gar nicht hinhaben. Oh. Nur einen. Ist ja lasch. Okay, das hatten wir auch schon so in der Hand. Grab the jet. Harpoon run. Naked pumpkin. Press escape. Rate 5 stars restart. If you do that, the pumpkin will be naked. It's just a joke about the glitch level somewhere, guys. Was für eine Scheiße. Nee. So kriegst du mich nicht. The banana pea. Ah. Nix. Alright. Timmy. Was passiert hier? Timmy. Timmy. Nimm dein Gesicht da raus. Timmy. Nein. Timmy. Hat deine Mutter dir nicht gesagt, du sollst das nicht tun? Nein. Schon wieder falsch. Ah, der Reuchetyp. Seine geh formjagt wo du jetzt nicht mal so gut. Das ist besser. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh ja, ich bin die hier drin. Megaflagge. Dort. Die lange Suche. Mutter. Mutter. Schatz, ich bin hier. Schatz. Lieb mich. Lieb mich. Warum hast du uns doch mal verlassen? Timmy, komm. Wir gewählen uns zu, ihr. Nein, ich lasse euch hier überall alleine. Muss unsere Geschichte weiterschreiben. Oh nein, da stand ein Zettel. Ich bin zu unfähig. Hallo, junge mich. Do you... Hä? Do you? Do you? Do you realize what you've done? Come to the tree. With the... With the yellow bee, I'm there. The tree with the yellow bee, okay. Ui, 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 ui. Also diese Maps gefallen war eigentlich irgendwie sehr. Oh, wer ist das denn? Oh, ich wollte nicht stören. Oh. Zack. Ja, nu? Nein, ich muss zurück. Nein, ich muss zurück. Nein! Das ist okay. Oi, 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 oi. Nein! Nein! Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Come to me. Diesmal schaffen wir das zu zweit. Dad, stop. Ja, what, what. Dammit. Okay, let's go. So. Ja. Mutti müssen wir diesmal hier lassen. Ich brauch dich, mein Sohn. So. Die Frau Kraft. Ah. Timi, hast du eigentlich auch schon eine Freundin? Nein. Sack. Nein. Und da hoch. Nein. Los. Oh, Mann. Timi, du bist zu schwer. Ich muss Ballast abwerfen. Tut mal leid. Das ist alles für meine Zukunft. Mein Sohn. Zack. Was steht da? Die? Scum. Okay. Ist doch. Da sind wir doch. Ich bin da. Ja, aber das Problem ist... Unser Kadaver liegt dort. Oh Gott. Okay, eine kleine Runde können wir noch spielen. You're the boss. Was? Foul. Ui. Gott dammit. Ui. Oh, mein Leck. Ja. Holy shit. Das haben wir so nicht überlebt. Schade. Ich mach die Rolle. Oh, komm schon. Ein. Ach. Der Kopf wird doch eh immer bewertet. Zack. Und Schwung. Nein. So geht's auch. Aber ich wollte gar nicht aufhören. Komm, eins machen wir noch. Impossible Jump hört sich doch nach einer Herausforderung an. This is impossible. Ich hab's geschafft. Das war kein richtiges Level. Ultimate BMX. Ja, das ist doch mal nice. Ultimate BMX V2. Nein, Timmy. Wir schaffen das. Für deine Mutter. Nein. Nein, Timmy. Bleib bei mir. Jetzt sind wir für immer vereint. Wir sind eins, Timmy. Wir sind eins. Noch ein Ender weiter versuchen. Nein. Oh, zack, zack, zack. Nein. Nein. Ich merke schon, dass wir auch leichte Überlänge heute. Das ist ja auch nicht so schlimm. Zack. Was ist Timmy? Nein. Nein. Ja. Holy shit. Timmy, wir schaffen das. Thanks for playing. Yes. No problem. Ja, Leute. Ähm. Ich würde sagen, das war's mit Folge 2. Ja, äh, wie gesagt, lasst konstruktive Kritik und irgendwelche Bewertungen in die Kommentare rein, wie ihr das wollt, wie ihr fröhlich seid. Und ja, ansonsten sage ich nur noch, äh, bleibt stramm und spielt Happy Wheels. Links natürlich in der Beschreibung und tschau. Das war's mit Folge. Bis schnell. Junher씨 cuenta halt für mich. Riditet. Bis nur noch, bis bald in diese Person zu sehen. Dich, was das? Du morst. Du gehst meinen Batter Quando, Cornel. Soчик ist und der Grund im Bereich.